Oh, da ist der Teddy. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Ja da. Was hat der Teddy? 200 Adam. Du hast deine erste Belohnung von Tannenbaum für das Retten einer Little Sister gefunden. Sehr schön. Hypnotize Big Daddy. Brauchen Sie einen Bodyguard für Notfälle? Unser neuerer Hypnotize. Das Miet wird einen Big Daddy täuschen, sodass er sie schützt, als wären sie seine Little Sister. Ja, ist schwierig, ne? Ich bräuchte halt echt mehr Slots. Damit da nervt mich grad, ne? Oh, was denn das? Ach, das ist sowas. Okay. 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 Äh, weil ich grad von Plasmid-Slots geredet habe. Ich kauf mir direkt ein. Ein Slot gekauft. Benütze deinen eben gekauften Slot, um ihn mit etwas zuvor gelagertem auszustatten. Wähle ein Plasmid aus, das in deinem soeben freigeschaltenen Slot ausgerüstet werden soll. Ähm. Bringen sie ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Ja. Ich kauf mir gleich noch ein, würde ich sagen. Rufen sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Peace. Äh. Maximum I. Son. Habe ich jetzt nur 200. Ringert die Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. Pro Hacker erhöht den Openschlüsselschaden. Wenn du gut hoffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst eben in deine Nähe Schaden zu. Auch nett. Das nehme ich auf den Fall. Tempo Hacker ist das beliebteste Produkt der Hack Smart Produkt Reihe, da es ihnen genug Zeit verschätzt, um sich in jedem elektronischen Gerät zu hacken. Mit Tempo Hacker ist die Zeit auf ihrer Seite. Sehr schön. Was? Ich mache. Mit etwas Hecken erhalten sie ein wenig Gesundheit. Und Eve? Ja. Nee. Mit den Schaden, den sie in die Kamera botzen. Geschütztarm, extra Mutrium, Gesundheit von Snacks, aha, ein Gegner. Und dann 7.000 Stücke, dem würde das nicht gefallen. Erzeugt einen Köder, der Angriffe von dir wegblockt. Ich habe gerade D-Division Hypes. Sonic Boom, Schlaute, Kreaturen und Weckle mit einem Energiestrahl zurück. Ja, komm, dann holen wir uns jetzt noch einen Gesundheitsupgrade. Deine maximale Gesundheit wurde erhöht. Du kannst mehr Treffer verkraften, ohne eine Wiederbelebungsstation aufsuchen zu müssen. Sehr schön. Und den Leistung spare ich mir. Ich kann hier aber auch wieder alle Blasmide verwenden, die ich so angesammelt habe. Ich kann hier einfach raus raus raus. Äh? Ist er hier, oder? So hast du erst mal was, mit diesem bisschen Geld, warte. Irgendwas zu machen. Okay. Gut hab ich grad nicht. Muss mal zu hacken. Schaut gut an. Äh, wo muss ich denn lang? Ah. Ich glaube ich hab's... Äh, ich hab's schon verkackt. Ich hab's schon verkackt. Ich hab's grad schon wieder verkackt. Was soll denn das? Scheiße. Kann ich das noch? Nee, natürlich nicht. Ach, Mann! Komm, einmal noch. Ich mich jetzt nicht darauf konzentriert hab, wo was Kaputes ist. Ach Gott! Geht der noch hin? Oh nee, ich brauch so'n Ding. So, dankeschön. Herrje! Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gewählt, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns von Tane und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonalds weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm den Kospor, Patrick! Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was von Tane tun kann. Timmy! Ich gebe mir grad jetzt in den so hübschen Kopf. Ich konnte alles etwas nicht ganz einfach machen. Hast du dich auch zählen? Ich konnte mir die Zettel auf! Ich habe ihn mich nicht mitлючerem. Wozu? Nicht, wie du? Ich habe ihn mitzute. Ich habe ihn mitzute. Ich mache ihn mitzute. Ich habe ihn mitzute. Ich habe ihn mitzute. Okay, äh, jetzt gehen wir mal hier hoch. Alle, diese, diese Lache, ne? Ich glaube, so lachen Leute auch immer, wenn ich den Flachwitz bringe. Eigentlich müsste ich mir diese Lache, äh, irgendwo holen und müsste die in mein Joke-Command mit einbauen. Das wär's doch, oder? Wer kann einer da an einen Vorwurf machen, weil sie sich nach dem Lachen umsieht? Bitte nicht. Doch, ich, ich, ich fände das lustig. Wenn du Joke eingibst, dann kommt der Witz und dann kommt diese dämliche Lacher. Ha, 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 ha. Noch ein Medi-Kit. Und, und, und Pistolen. Jetzt kommt gleich ein Gegner. Jetzt kommt gleich ein Boss. Das Spiel... Oh, Explositschrot. Das Spiel schenkt mir doch nichts. Das kannst du mir nicht erzählen. Einklopfen. Ja, mit Rohrzangen, natürlich. Peach hat sich ganz schön... Ich blute! Ich blute! Ich blute! Oh, du Arme! Du blutest! Oh nein! Sie blutet! Oh, du blutest! Blutest! Oh, du blutest! Den schaffst du nicht! Sieh mal auf den Förderband nach! Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt! Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln! Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein! Und denk daran, mein Freund! Wenn's dir auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mach ich dich k-k-kalt! Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen! Kapiert! Mhm! Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat! Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das! Al Bradshaw hat immer noch Angst vor ihm! Sogar Ryan hat Gott noch mal! Na ja, macht dir darüber keine Gedanken! Auf uns wartet Arbeit! So, jetzt soll ich so ne Olle fotografieren, so ne Captain Hook Olle! Hallo? Ich bin so oft als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt! Ich glaube er ist ganz in Ordnung! Er wird sicher warten bis er hat was er von dir will, bevor er dir den Bauch aufsteht! Simpat! Müsste man mal Mario fragen, ob der in Ordnung ist! Ja, die Wildheit blag auch gar nicht. Oh, das ist ja interessant, gut zu wissen. Hat zwar bisher auch ganz gut ohne funktioniert, aber danke darf. Es muss etwas geschehen in Sachen Fortein. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verhandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Wer hat da jetzt naiv Spritzen hingeschmissen? What? Also ich kann da jetzt nicht... Ich tue, was du sagst! Sonst haben hier über Knapp... Wo spricht der Herr? Feindring! Ich befolge alle Seine Gebote! Ich befolge alle Seine Gebote! Iche die Verwerbung! Ich befolge... sei nicht Helg! Die hab ich schon mal gesehen Ja, das sagtest du bereits. Warum sagt man, ich soll meine Waffe laden? Oh, Schrot-Munition. Das ist super. Aber noch viel besser finde ich Gewoll-Munition. Naja gut, so viel mehr haben wir jetzt auch nicht. Aber Panzerbrechen kann man ein bisschen was. Also wenn jetzt Big Daddy um die... Der Kai oben. Ach der Kai wieder. Wenn jetzt ein Big Daddy um die Ecke kommt... So viel zu D-Thema. Das kann ich selbst machen, verdammt! Na, mein Kleiner? Alles gut bei dir? Wah! Liebling! Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Brian´s Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht um Rapture zu retten. Wer braucht ein Kind um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das erliest, komm zu uns ins Fighting McDonalds, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Kumpel, ich weiß jetzt nicht, ob du es schon gewusst hast, aber du äh... Du läufst aus. Du bist nicht mehr ganz luftdicht. Was? Auf den Tag. Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Timmy im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. Okay, jetzt wären wir auch da reingekommen. Aber gut, das haben wir jetzt schon gehackt. Ich weiß, was du vorhast! Echt? Na klar, was hab ich denn vor? Ich weiß selbst nicht mal, was ich vorhabe. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern. Zu denen mit Visionen. Es ist inzwischen... Es ist... 2022 und Big Daddy klingt inzwischen so falsch. Was ist er denn? Big Daddy, wie klingst du? Oh, das ist jetzt ein anderer Big Daddy. Das ist nicht mehr unserer. So, ist der noch? Glaubt der noch zu uns? Nein! Na, meine kleine Weine nicht. Doch! Doch! Oh, doch! Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Ja. Gerne. Also die haben noch nicht weiß jetzt nicht, was wieder in deinem Kopf abgeht. Aber für mich klingt der Mr. Bubbles nicht falsch.